Wir befinden uns hier auf einer Baustelle von Bremen-Portz, auf einer Hochwasserbaustelle. Ich bin hier zuständig für die Bauaufsicht und habe aber auch die Planung begleitet. Mein Name ist Markus Müller, ich bin 52 Jahre alt und arbeite seit fast neun Jahren bei Bremen-Portz. Ich bin Ingenieur geworden, weil mich das Thema schon immer fasziniert hat, schon als kleines Kind, und es fasziniert mich immer noch. Ich arbeite sehr gerne im Team, weil ich auch ein Teamplayer bin, wenn man Probleme oder Fragen hat. Es sind nette Kollegen da, ich freue mich, dass ich Ulf an meiner Seite habe, um diese Baustelle erfolgreich zu Ende zu bekommen. Ich arbeite gerne für Bremen-Portz, es stehen einem alle Türen offen und das ist das, was mir sehr gut gefällt.